Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich mache heute wieder einen Reichweitentest, und zwar einen Winterreichweitentest vom EQC 400, der Mercedes unter den elektrischen, wie man so schön sagt. Und mich interessiert einfach, wie weit komme ich real mit dem EQC, wenn ich auf der Autobahn versuche, 150 zu fahren. Und wir haben Bedingungen von 3 bis 5 Grad, Graupelschauer, Regen, Wind, also die ganze Palette, was der Winter so in Norddeutschland so zu bieten hat. Und jetzt schauen wir doch mal, ob der EQC irgendwie auch nur in die Nähe der WLTP-Reichweite kommt, denn angeblich soll er 400 Kilometer weit kommen. Und das gilt es heute herauszufinden, wie hoch ist der Verbrauch, wie weit komme ich im Winter mit dem EQC. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ja, jetzt sitze ich also im Mercedes EQC und fühle mich doch irgendwie gleich zu Hause, denn ich bin vor dem Tesla 18 Jahre lang Mercedes gefahren. Das wisst ihr vielleicht, wenn ihr meine Videos schon länger verfolgt. Im Jahr 2018, als ich mir den Tesla gekauft habe, weil ich auf Elektro umstellen wollte, habe ich bei Mercedes angefragt, was für Elektroautos habt ihr denn so im Angebot? Und die Antwort war, keine. Somit bin ich eben beim Tesla gelandet und nicht beim Mercedes. Jetzt hingegen haben sie den EQC. Und wer weiß, wenn sie den damals schon gehabt hätten, wäre ich vielleicht heute EQC-Fahrer. Jedenfalls möchte ich jetzt wissen, wie weit kommt der EQC im Winter und wie ist der Verbrauch bei den Temperaturen, die wir heute haben und bei dem bescheidenen Wetter. Ja, denn ein Elektroauto mag ja so hochwertig und premium sein, wie es will. Wenn das mit der Effizienz nicht stimmt und wenn der Verbrauch so hoch ist, das trübt doch ganz schön die Freude, zumindest meine. Deswegen mache ich also jetzt den Reichweitentest. Aber bevor es losgeht, zeige ich euch noch ganz kurz ein bisschen was vom Interieur und vom Rest des Autos. Und wenn das mit der Effizienz nicht stimmt, wie es ist, auch wenn ich euch den Wagen jetzt nicht im Detail von innen vorstellen kann, dazu reicht die Zeit einfach nicht. Zeige ich euch einfach nur mal ein paar Impressionen, wie es hier aussieht. Also wir haben hier das MBUX-Display. Das ist ein Touchscreen. Hier kann ich hin und her switchen. Hier kann ich die Dinge einstellen. Ich habe hier in der Mittelkonsole, die mit Hochglanzlack versehen ist, so eine Art Touchpad, wo ich dann auch das Display hier bedienen kann. Also ich kann rauf und runter scrollen. Ich kann anklicken. Das Ganze ist so ein bisschen mit so einem haptischen Feedback auch. Ich bin damit selber nicht so gut klargekommen jetzt auf den ersten zwei Stunden, aber das ist sicherlich Gewöhnungssache. Ansonsten Lenkrad finde ich ein bisschen überfrachtet mit Tasten. Das ist aber auch Geschmackssache. Gewöhnt man sich auch sehr schnell dran. Materialien sehr hochwertig. Alles ist weich hinterlegt, weich unterschäumt. Da ist irgendwie nichts billig. Alles wirkt ziemlich, ziemlich gediegen und Mercedes typisch einfach Premium. Hier ist so eine Art Hochglanz. Das ist allerdings Kunststoff. Ablagefläche, Staubfänger, sage ich mal dazu. Diese Kupferdüsen, das ist auch Geschmackssache. Ob es unbedingt Kupfer sein muss, hätte auch Chrom sein können. Hier alles wunderbar anzufassen. Sehr schöne Materialien. Das weiß zu gefallen, würde ich mal sagen. Hey Mercedes. Ja, bitte. Navigation abbrechen. Die Zielführung wird abgebrochen. Ich weiß ja, wo ich lang will. Und zwar fahre ich jetzt wieder meine Reichweitenstrecke. Ich fahre wieder auf die A27 Richtung Cuxhaven, Bremerhaven. Diesmal werde ich wahrscheinlich bis Cuxhaven durchfahren, um die Strecke ein wenig zu verlängern. Und dann wende ich wieder und fahre wieder zurück nach Bremen. Und dann versuche ich zumindest, wenn es zeitlich noch klappt, einen Ladetest an einem HPC-Lader zu machen mit CCS. Um mal zu gucken, ob die versprochenen 100 kW bzw. 110 kW Maximum von dem EQC auch wirklich in der Praxis erreicht werden. Wir haben jetzt 247 km Reichweite. Der Akku ist nicht ganz voll. Leider sehe ich hier keine Prozentanzeige. Von den Linien her würde ich mal schätzen, dass wir noch so 80% rund im Akku haben. Der Akku hat hier eine Netto-Kapazität von 80 kWh. Und die sollten ja eigentlich locker ausreichen. Der Verbrauch vom EQC ist ja NEFZ und WLTP unterschiedlich angegeben. Beziehungsweise die Reichweite. Die Reichweite NEFZ soll ja 450 km betragen und laut WLTP bis zu 400. Ich denke mal, so mit langsamer Fahrweise mag das vielleicht gerade so im Sommer funktionieren. Aber jetzt haben wir Winter. Es ist 5 Grad draußen. Es ist nasse Fahrbahn und ab und zu gibt es Schauer. Also die idealen Worst-Case-Bedingungen, um mal im Winter die Reichweite zu testen. Und wie immer fahre ich ein Stück durch die Stadt mit der Tempo-30-Zone hier. Und dann begebe ich mich auf die A27 und werde dort versuchen, um die 130 bis 150 km pro Stunde zu fahren, wenn die Verkehrssituation es erlaubt. Das ist natürlich nicht die Durchschnittsgeschwindigkeit. Aber ich versuche dieses Tempo zumindest da, wo es geht, zu erreichen. Um die Reichweite auch wirklich mal auszureizen, habe ich tatsächlich mich mal entschlossen, hier auf den Eco-Mode zu stellen. Also nicht Komfort oder Dynamic, sondern Eco. Und die Heizung ist auf 22 Grad eingestellt. Wie gesagt, 5 Grad draußen ziemlich kühl. Frieren möchte ich jetzt auch nicht. Gleich geht es dann auf die Autobahn. Und dann wird es richtig spannend. Ach so, ja, es könnte natürlich wieder sein, dass meine Sitzposition wieder einigen irgendwie übel aufstößt. Also ich sitze hier völlig entspannt. Ich kann mich wunderbar zurücklehnen an die Rückenlehne. Und wenn ich meine Arme ausstrecke, dann berühren die Handballen das Lenkrad. Also ich sitze hier völlig entspannt. Falls es durch dieses Objektiv so aussieht, als wäre das nicht der Fall. Es ist eine optische Täuschung. Werdet ihr ja gar nicht glauben, wie viele Kommentare ich bekomme, die meine Sitzposition kritisieren. Aber ich glaube, das ist einfach nur durch dieses komische Objektiv hier von dieser Kamera. Und das Anfahrgeräusch hier im EQC ist deutlich angenehmer als zum Beispiel im e-tron oder im Porsche. Wir haben hier zwar auch ein leichtes Fiepen, aber es ist nicht so ein Straßenbahngeräusch, wie das noch im Audi oder im Porsche der Fall war. Das heißt also vom Geräuschniveau des Elektromotors empfinde ich persönlich das hier als deutlich angenehmer. Man hört ihn wirklich kaum. Bei niedrigen Geschwindigkeiten zumindest. So, auf geht's. Auf geht's auf die Autobahn. Und schon haben wir einen Stau. Das ist ja extrem ungünstig. Das hätte ich aber vorher nicht erkundigen müssen. Shit. Shit, shit, shit. Wie weit ist der denn? Zum Glück nicht so weit. So, die Baustelle ist zum Glück nicht so lang gewesen. Das war irgendwie nur 500 Meter oder 800 Meter. Und es war wegen Baumfellarbeiten bin ich jetzt durch. Das heißt, jetzt kann es langsam wirklich losgehen. Momentan ist noch Tempo 100 hier in der Nähe von der Abfahrtüberseestadt wegen der Baustelle. Aber das ist gleich aufgehoben. Und dann beginnt der Test erst richtig. Momentan ist der Verbrauch noch ziemlich hoch. Die ersten sechs Kilometer, da zeigt die Uhr an 37,1 Kilowattstunden. Das ist natürlich ein ziemlich übler Wert. Warum der jetzt so hoch ist, obwohl ich so langsam gefahren bin, kann ich nicht so genau sagen. Also wundert mich ein bisschen. Aber ich kann nur hoffen, dass sich das jetzt gleich nach unten einpendelt, wenn ich erstmal die konstante Reisegeschwindigkeit erreicht habe. Ich habe jetzt auch die Assistenten aktiviert. Spurhalteassistent und adaptiver Tempomat. Und das macht der EQC auch ganz okay, würde ich sagen. Spurhalteassistent ist nicht ganz so souverän wie in meinem Tesla. Das heißt, er eiert so ein bisschen zwischen den Spuren hin und her. Es ist aber jetzt nicht dramatisch. Also es ist halt nur nicht so souverän, dass er so stoisch quasi super geradeaus fährt oder mitten in der Spur fährt. Leider ist es total beschissenes Wetter. Es regnet und ich fahre jetzt 120 nach 10, 11 Kilometern im Moment noch 35,4 Kilowattstunden. Tendenz fallend, aber wir kommen von sehr weit oben. Also Geräuschniveau bei 120 ist super. Man hört wirklich fast nichts. Ein bisschen Windgeräusche. Auch die Reifengeräusche sind sehr, sehr, sehr gering. Also sehr gut gedämmt hier wieder mal. Also wunderbar. Sehr entspanntes Fahren dadurch möglich. Und man wird hier wie nicht durch irgendwelche Nebengeräusche belästigt. Das macht einfach Spaß. Deswegen fahre ich unter anderem auch Elektroauto. Weil es einfach so schön ruhig ist. So, jetzt ist freigegeben. Dann wollen wir mal auf 150 gehen. 24 Kilometer unterwegs jetzt. 35,8 Kilowattstunden im Durchschnitt. Jetzt bin ich bei Tempo 150. Und ja, mal gucken, wie es sich entwickelt. Ich versuche jetzt hier so durchzufahren mit 150. Die Straße ist jetzt einigermaßen frei. Sieht gut aus. Und dann mal schauen, wie es sich entwickelt in den nächsten Kilometern. Also ich habe so den Eindruck, dass 150 nicht unbedingt die beste Geschwindigkeit für den EQC ist, weil der Verbrauch ist jetzt bei 36,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und 35 Kilometer gefahren. Das heißt, er sinkt jetzt nicht, er wird sogar noch mehr. Das ist ja nicht so gut für meine Strecke. Eigentlich wollte ich ja mindestens 200 Kilometer fahren. Das könnte dann, naja, ein bisschen knapper werden, als ich eigentlich erhofft hatte. Aber im Winter 150 mit dem EQC scheint keine gute Idee zu sein. So, jetzt 43 Kilometer unterwegs, 36,6 Kilowattstunden Durchschnitt. Das ist heftig. Da bin ich doch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Also, dass ich so um die 30 liege, damit habe ich gerechnet. Aber jetzt 36,7 steigt weiter. Bei 150, boah, also nee. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass er sich mit der Zeit so langsam ein bisschen runter bewegt. Aber das ist wohl momentan leider nicht der Fall. Kann ich irgendwie gar nicht glauben. Jetzt sinkt auch die Reichweite rapide. Ich glaube, ich werde nicht bis Cuxhaven fahren. Ich werde in Bremerhaven die Wende machen. Ich habe jetzt noch 174 Kilometer und 48 Kilometer gefahren. So, Bremerhaven Zentrum, 1000 Meter. Das heißt, hier fahre ich wieder ab und drehe dann da an meiner gewohnten Stelle. Zwischenstand, 60 Kilometer gefahren. 34,6 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch. Okay, an der Wendeschleife hier angekommen in Bremerhaven. Und jetzt geht es retour. 64 Kilometer wieder mal gefahren. Das ist so die Standardentfernung, die von mir zu Hause immer zutrifft. Meistens plus minus 100 Meter. Und jetzt der Durchschnittsverbrauch. Dadurch, dass ich jetzt ein bisschen langsam fahren musste. Die letzten ein, zwei Kilometer liegt bei 33,7 Kilowattstunden. Das wird sich aber wahrscheinlich wieder ändern, weil ich gehe jetzt wieder auf die Autobahn. Und da heißt es wieder 150 kmh. So, weiter geht's. 150 kmh. So, hier haben wir wieder Tempolimit. Ich muss jetzt runtergehen auf 120, weil hier leider ein Tempolimit ist. Wir sind wieder im Bremen-Nord. Ich werde jetzt aber weiterfahren bis nach Langwedel. Das ist hinter Bremen ein Stück. Dort gibt es HPC-Lader. Da werde ich den Wagen anschließen und mal schauen, wie schnell er dann lädt. Wir haben jetzt noch 104 Kilometer Restreichweite. Und ich denke, schätze ich mal, bis dahin wird es runtergehen auf 60 oder 70 Kilometer. 70 vielleicht. So, gleich sind wir da. Raststätte Goldbach, beziehungsweise Ausfahrt Langwedel. Dort sind die Säulen. Mitte an der nächsten Ausfahrt rechts abfahren. In Richtung Wiener und danach an der nächsten Ausfahrt rechts abfahren. Ja, ja, ich muss trotzdem den LKW mehr als überholen. Also, wie ich gesagt habe, die Restreichweite beträgt jetzt noch 72 Kilometer und wir sind insgesamt 150 Kilometer gefahren. Momentaner Durchschnittsverbrauch war 32,6, 85 Kilometer pro Stunde Durchschnittsgeschwindigkeit, weil wir die letzten 20 Kilometer doch sehr langsam fahren mussten. Auch wegen der Baustelle hat es sich dann halt noch reduziert. Und jetzt werde ich mal versuchen, ein bisschen aufzuladen und mal sehen, ob ich den EQC hier Plug & Play an den Start bekomme oder ob ich eine Ladekarte brauche. So, mit Vertrag habe ich nicht. Ohne Vertrag muss ich einen QR-Code scannen. Also offensichtlich erkennt er den Wagen schon mal so nicht. Da hole ich mal meine SWB-Karte raus. So, Ende. Jetzt müsst ihr nur den Stecker rauskriegen. Ah ja, so. Und weiter geht's. Dann wollen wir mal. Wir gehen wieder in den Eco-Mode. Und setzen uns in Bewegung. Dass wir nach Hause kommen. So, wir sind wieder zu Hause. Und wie ist denn jetzt das Fazit dieser Reichweitenfahrt? Also, ich habe versucht 150 kmh zu fahren, wo immer es ging. War natürlich nicht immer möglich, weil wir hatten Baustellen, wir hatten Stadtverkehr, wir hatten Regen, Graupelschauer. Aber alles war dabei. Aber dennoch habe ich halt versucht, so zügig wie möglich durchzukommen. Ganz normal gefahren und eine Strecke von 150 km zurückgelegt. Der Durchschnittsverbrauch von 32,6 kWh ist ganz schön happig, muss ich zugeben. Am Ende ist ja nochmal gesunken, wegen der Baustellenfahrt. Aber wäre die nicht gewesen, läge ich locker über 33, 34 kWh. Also Effizienz ist nicht die Stärke vom EQC. Dafür hat er halt andere Stärken. Ich sage mal, der Komfort, der Federungskomfort ist super. Man schwebt dahin über Bodenwellen. Das ist richtig klasse. Der Wagen ist super gedämmt. Es ist ein Geräuschniveau. Also Weltspitze, würde ich mal sagen. Richtig ruhig und leise. Der Elektromotor ist kaum zu hören. Haben wir ja bei deutschen Elektroautos auch schon anders erlebt. Kann ich nur loben. Ist richtig gut. Gefällt mir ausgezeichnet. Und naja, die Verarbeitungsqualität ist halt typisch Mercedes. Da ist alles hochwertig. Die Materialien, die hier verbaut sind. Da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Ladeleistung ist auch okay. Ist zwar nicht ganz so wie versprochen. Die 100 kW habe ich zumindest jetzt nicht erreicht. Das mag natürlich anders sein, wenn es wärmer ist. Oder wenn man noch niedriger anfängt als ich mit den 27%. Sodass ich alles in allem sagen würde, das ist ein tolles Auto. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Wenn der Verbrauch niedriger wäre, würde es mir allerdings noch besser gefallen. So, ich bin am Ende mit meinem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Musik Untertitelung des ZDF, 2020